Hallo, willkommen zu diesem Funke-Agento-Feuerwerks-Video hier von mir. Hier gibt es die Titanenball, äh, ja, diese Kräckling-Bälle von Argento. Heute ist der 27. Dezember, 23.58 Uhr, 59. Und ich mache schon Artikelvorstellungen. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen, man kennt es, diese hier hatte ich noch nicht. Auf geht's zur Zündung. Ach, und wir merken uns nochmal hier diese 15 Gramm pro Stück. Okay. Agento, ich glaube es brennt. Oh. Krank. Die Lund ist ein bisschen schwach. Jawoll, und dann tschüss, bis zum nächsten Video. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017